Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Ja, das sind wir. Post. Einwohner von Silent Sound. Denkt dran, das Tierfest findet morgen ab 9 Uhr vor dem Gemeindenzeitraum statt. Sorgt dafür, dass deine Tiere bereit sind für einen freundschaftlichen Wettbewerb. Ja, nee. Achso, die sind unten. Das ist auch nicht fertig. Ach, das ist alles noch fertig. Die auch noch nicht. Ahja, Peperoni. 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 Oh, was sind das für Blümchen? Krüchen. So... Bäumchen... Ähh, wackeln hier eine Bäumchen, die mache ich so ein bisschen boh. Ich häng fest. Mann. So. Warte mal. Hier ist, äh, guck mal da. So. So. Wieso? Ja, schon passt ein Doppelter hier. Ah, ja gut. So. Warte mal. Ist das, ist der Weizen? Ne, der ist auch noch nicht fertig. Okay, dann halt nicht. So, äh, bitte rein, bitte rein. Oh, warte mal. Die Preiselbeeren würde ich gerne verkaufen. Auf jeden Fall die guten. Die Pflaume auch. Ach, du Pflaume. Ähm. Ach so, warte mal. Das sind keine Blumen. Das sind doch gar keine Blumen. So, eine Hude. Die Hude. Ah, die auch. Ah, die auch. Ah, die auch. Ich muss mal gucken. Oh, ich bin froh, wenn die neue Tastatur da bekommen ist. Das nervt mich so ein bisschen. So. Ist nervt. Ist nervt. Ist nervt. Ist nervt. So. Oh. Du, 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 du. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ja, ei, ei. Du, du, du. Ei, ei, ei. Du, du, du. Ei, ei. Na, ihr Küchen? Oh, die Ziege. Okay. Äh, ich wollte heute hier. Nein, ich wollte nicht an die Ziege. Ich wollte... Geh doch mal weg da. Ich will an den Automaten. Da. Automatischer Sammler. So. Milch. Milch. Gute Milch. Auch gute Milch. Normale Milch. Aber in groß. So. Jetzt haben wir nackte Schafe. Wunderschöne nackte Schafe. Wir brauchen nämlich die Wolle. Nackte Schafe. Das macht mich garf. Fiti. Die. Ah, die Grafiki. Die so. Die Grafiki. Grafiki. So. Achja. Hier haben wir einen automatischen Sammler. Ein Ei. Ah ja, gut. Wir haben einen automatischen Sammler. Aber hier müssen... Oh! Die haben auch nichts mehr an Futter hier. Uiuiuiui. Da müssen wir auch nochmal nachholen, oder? Und wir müssen natürlich noch erfinden, bzw. entwickeln, ähm, den automatischen Wie hieß denn der? Ja, automatischer halt, ne? Ihr wisst, was ich mein. Ihr wisst doch, was ich mein. Ich häng fest. Ich hab einen Hänger. Hm, 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 hm. So. Ein wenig wolle. Loloolo. So. Wolle rein. Wolle du magst. Na, ich hör schon auf. So, zack. Milch Und hier kommt das Ei Ei, 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 Ei Ei, Ei, Ei Ei, Ei Labor, da ist ja gar nichts mehr Ach ja, wir haben alles ausgegeben, ne? Sehr gut, sehr gut Warte mal, wir brauchen noch einen automatischen Streichler, ne, war das? Ein automatischer Das ist der Sammler Minenstock Ein automatischer Streichler Ein automatischer Streichler Den braucht man noch Jetzt hätte ich auch eigentlich wieder Futter mitnehmen können Ich trottel Naja, egal Steht falsch rum Egal Egal So Was brauchten wir denn jetzt noch für die Entwicklung Was brauchen wir denn? Seetempel weiß ich jetzt gar nicht Waldgebiet Gehen wir mal ins Waldgebiet und gucken wir mal, was war Was war da für die Wo ist denn mein Fang jetzt? Ach da Okay gefunden Was brauchen wir denn für das Labor? Beziehungsweise für den automatischen Was war denn das? Für den automatischen Produktqualität auch Fossil Geräte entwickeln Das war das Automatischen Fütterer Kohle haben wir zusammen Zwei Batterien Batterien Silbernen Seetank Heu und Schrott Batterien Silberseetank Heu und Schrott Was war denn das? Moment Achso, ne War, ja Okay Alles klar Machen wir Huch Wir spodden mal ein bisschen hier Wir spodden Spoddy Spot man Yeah So, nun schnell zum Zerfahren Ich hab wieder die Hälfte vergessen Mist 73 Schrott Naja, komm Wir machen mal den gleichen Ein bisschen Ein bisschen Strott Produzieren Silberseetank Ich hoffe davon braucht man nur 8 Aber wenn, haben wir hier noch Heu brauchten wir auch Ach, Heu haben wir hier gar nicht Haben wir Batterien Heu haben wir da unten So Ja, ich weiß dann Geh mal recht cool aus Aber wir können dann Ordentlich Ja, automatisch Futter Muss wahrscheinlich immer Futter da reinlegen Aber das ist ja nicht so schlimm Komm mal reinlegen Wenn sie es fressen Wenn sie es fressen Wenn sie es fressen Moinling Geräte entwickeln Jo, haben wir Den Plan gekauft Du kannst diesen Damit haben wir auch direkt eine automatische Fütterung Ein automatisches Fütterungsgerät Was machen wir denn dann Silber Und was Schrott Ein bisschen Nicht mehr so viel Was kostet uns denn dieser Computer Ach, die wollten wir ja auch noch entwickeln hier Ach, da brauchen wir so viel Schrott für Was kostet der Computer Willst du mich veralbern oder was Alter Okay 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 Die, 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 die Wird auf der Farm platziert, ja, das Glaube ich ja Äh, Moment Hier noch Ich hab Schrott in meiner Hand Eine Grille Ey, du Grille So, das kommt da rein Warte mal Zack Wir machen ja direkt wieder Äh, äh, hier, ne Eigene, äh So Zack Zack So, das Warte Ja, direkt jetzt, äh Den Schrott direkt loswerden Das sollte man weiß darstellen, finde ich Ein bisschen Aber ist ja auch nur meine Mö, ja, Mö, Kuh So, warte mal Automatischer Fütterung Ach, da Da kommt er dann hin Okay, und jetzt Das Heu ist leer Ja, ja, ja Achso, warte Ah, warte Abbrechen Dann muss ja das Heu bestimmt Hier Und dann Hinteragieren Das Heu ist leer Entfernen? Nee, entfernen wollte ich ja nicht Hä? Mö? Wird auf der Farm platziert Ja, habe ich jetzt Aber warum ist das Heu leer? Brauche ich dafür den, 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 den Warte mal Wird auf der Farm platziert Ja, aber Wie kriegen das Heu leer rein? Wie kriegen das Heu leer rein? Das sagt mir keiner Wie krieg ich das Heu da rein? Ich will da Heu rein haben Naja gut Eins nach dem anderen Dann brauche ich bestimmt ein Silo Nicht ein Sido Sondern ein Silo Dann brauchen wir sicherlich ein Silo Oh, wir brauchen ja eh alles verkaufen Oh, wir brauchen ja eh alles verkaufen Oh, da ist ja eh egal So Warte mal Was war das? Okay Schrott Wir müssen einiges jetzt an Schrott produzieren Wir haben sehr viel Schrott ausgegeben Das muss man ja jetzt dabei sagen Das muss man ja jetzt dabei sagen Wir haben echt viel Schrott ausgegeben Zack Und wieder rein Komm, das Glas Das tun wir jetzt auch einfach hier mit rein Komm, das auch Dann ist das mal so Dann ist es Da war Silber, ne? Ich glaube, da war Silber Wir müssen ja noch ein bisschen Silber Uns holen Ich glaube, hier war Silber Wir sammeln natürlich neue Müll Neue Muscheln Muscheln Da ist Silber Wir brauchen auf jeden Fall Silber Zwei davon Silbernen Seetank Auf jeden Fall Nochmal Da kommt man auch runter Ah, es sind nach 18 Uhr Das ist mal Guck mal, Fossil Fossil Da geht's nicht weiter Aber hier Da haben wir Silbernen Seetank Warte, warte, warte Und Schnecki Wie Schneckmann Gut, viel Silber haben wir jetzt noch nicht Aber Ist ja noch nicht so schlimm Ist ja noch nicht so schlimm Ich bin schon Geh Wenn wir jetzt mal alle Dann muss trocknen Alle Und weg Weg Mit dem Dreck Weg Mit dem Dreck dann kommen wir hoch so dann haben wir hier auch mal ein bisschen was gesammelt kann ich den auffangen hier ja kann ich zack Ulina Flulines war doch immer irgendwann habe ich eingesammelt jetzt wir bleiben mal hier in der Nähe damit war bloß wir müssen auch noch in der Höhle ein bisschen ressourcenfarmen gehen das ist so teuer alles da waren so viele ressourcen ressourcen wir nehmen auch das Salz mit ich weiß nicht wofür wir mehres Salz brauchen später aber wir nehmen es einfach mit den ganzen Müll der wird einfach mitgenommen da kann man nix müssen wir uns nicht gleich sagen dass es schon spät ist eigentlich ja ne toll ich habe einen Stein aber wer weiß wie viele Steine wir später noch brauchen ne wer weiß das schon wir müssen ja unsere Farme ein bisschen verselbstständigen hier das ist äh sonst äh wird das alles echt äh ne Sache die 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 Da fehlen uns nur noch. Ah, okay. Okay. Da haben wir nix. Ach so, wir haben noch... Ach ja, die Früchte wollten wir noch alle hier. Ja, da fehlen uns noch die Fledermaus fallende... Was fehlt uns hier? Seltene Tierzuchtprodukte. Äh, okay. So. Ganz schnell zerfahren. Ohne fahren bin ich so arm. Äh, äh. Fasern? Ja, die Algen hauen wir da nachher irgendwo rein. Holz. Das. Labor. Zack, zack, zack. Na, zack, hab ich gesagt. Zack, 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 zack. Okay, das Seetierchen scheinbar nicht. Dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Äh, Holztruhe. Ah, ja, ja. Salz da rein. Die rein. Äh, ja, und die Algen auch. Ha, ha, ha. Äh, das Wassertierchen weiß ich jetzt gar nicht, wohin wir mit dem Wassertierchen. Ich tue es mal hier mit rein, das ist, äh, ist ja egal, das ist ja nur ein Wassertierchen. Was soll das Wassertierchen schon machen? So, ja, 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 ich muss ins Bett. Ich muss ins Bett. So, geh schlafen und dann haben wir morgen auch ein Fest. Dann können wir auch wieder Punkte sammeln. Sehr gut. Oh, tauchen. Level 9. Sehr gut. Ah, bis Moin.